Moin Leute, Muitzi hier. Am Dienstag kam das Mid-Season-Update für Season 22 raus und zusammen damit hat Valk ein paar ordentliche Buffs bekommen. Unter anderem ist sie jetzt Teil der Aufklärungsklasse, hat ein agileres Jetpack-Movement, bekam einen ordentlichen Buff für die taktische Fähigkeit und vor allem bekam sie auch einige Änderungen für ihre Legenden-Perks, welche teilweise doch schon ziemlich stark sind. Und wir schauen uns heute mal ein wenig an, was sich jetzt so an Valk getan hat und wie gut sie jetzt mittlerweile wirklich ist. Im Anschluss gibt es dann natürlich auch noch ein Gameplay mit ihr. Und erst einmal muss ich sagen, ist Valk jetzt doch schon um einiges stärker. Ihr Jetpack ist natürlich deutlich besser, da man sich beim Einsatz nun wieder deutlich schneller bewegt und somit schneller irgendwo hochkommt und es auch für Gegner schwerer wird, Valk beim Benutzen des Jetpacks zu treffen. Ihre taktische Fähigkeit ist auch etwas besser geworden, aber so richtig krass ist sie halt nun auch nicht. Man kann sie halt wunderbar verwenden, um zum Beispiel Gegner zu pushen oder wiederbelebte Gegner direkt wieder zu nocken, aber viel mehr dann nun auch nicht. Ihre Ulti hingegen ist an sich zwar immer noch gleich, aber was halt krass ist, ist, dass sie Gegner durch ihre Legenden-Perks jetzt viel krasser scannen kann. Sie kann durch eins ihrer Perks ja Gegner auf höhere Distanzen und sogar durch Wände scannen, was halt extrem nützlich für Rotations ist oder auch um Gegner, die sich irgendwo verschanzen, aufzuspüren. Alles in allem ist Valk auf jeden Fall um einiges besser geworden und ich denke, dass sie diese Season auch eine größere Rolle in der Rank-Meter spielen wird. Das kommt halt vor allem durch das Aufklären beim Skydiven, denn somit hat man immer guten Überblick über die Positionen von Gegnern und kann somit, wie gesagt, eben extrem gut rotieren. An sich ist ihre Ulti zwar auch nicht schlecht, aber da es EVEC-Tower gibt, ist sie jetzt halt nicht absolut notwendig. Wenn es aber keine EVECs mehr geben sollte, dann wäre Valk ohne Zweifel ein fester Bestandteil der Rank-Meter. Das war soweit meine Meinung zu Valk. Falls ihr diesen Splits selbst schon Valk getestet haben solltet, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt von hier haltet. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu einem kleinen, aber feinen Gameplay. Also, macht's gut und noch viel Spaß damit. Vier bis fünf. Was dein Meid? Oh, unter mir. Okay, das war ein bisschen dumm. Ja, safe, geht mir auch so, Mark. Wie gesagt, bei Sea Scans gibt es irgendwie immer, es gibt immer Lechis, die sehen besser aus irgendwie, wie jeder Legende. Was machen die denn jetzt hier? Einfach nur ein Solo, der macht so einen Stress. Ah, das ist gut. Okay. Yes. Schönes. Ach, der hat sich noch nicht mal geheilt, der Kollege. Ja. Ach, ja, moin. Das ist krank, ne? Guck mal, wie ich durch die Wand da scanne. Das ist hinter dem fetten Building da und ich scanne ihn einfach. Das ist echt heftig. Mate, mach kein Mist, du bist nicht voll. Ja, perfekt, egal. Ich hab auch. Ich weiß nicht, dass wir die Wand da sind. Ich habe die Wand da. Ich habe das, wir sind hier. Ich bin hier. die haben sich jetzt in acht schweig geschlitzt die haben echt Glück rumgeschlitzt die Reisen hat sich aber Glück schön beamen lassen scanne ich die jetzt auch mit dem Jetpack? ich habe es noch nicht ganz verstanden ob ich die jetzt mit dem Jetpack auch scanne perfekt was scanne ich die jetzt? erscheint nicht? ich weiß es nicht nicht lost oder war das nicht irgendwie so geplant? ne ich scanne hier nicht oder man scannt die nur wenn sie noch näher sind die da stehen ne? wie die Hühner auf der Stange mate bitte ey das ist dein Angst oh mein Gott oh mein Gott big nade vom mate oh ne hey die hätte schlecht tot sein müssen ne? ach der war aber nade nachdem ich die Ball grad zu wohnen gemacht hab ich habe gar nichts gehört nein mate wo ist mate? das ist doch echt nicht sein das ist doch echt nicht sein das ist so frech ne? das ist so lächerlich ich höre gar nichts ich habe kein Gamezone mehr ey ist das lächerlich ne? der mate 250 damage ja moin hier